Guten Tag, Soldatinnen und Soldaten. Guten Tag, Frau Ministerin. Fang an zu singen. Mach ich. Du bist unsere mega-harte Föhnfrisur-Transallgranate. Hui, hui, hui. Wow, das ist einfach fantastisch. Hey, du fesche Panzerpuppe, Chefin von der Billigtruppe. Hui, hui, hui. Da müssen wir deutlich besser werden. Oh ja. Wegen dieser Suppen-Kasper-Filter-Truppe Jetzt ist das doch voll gemein. Das geht überhaupt nicht. Nee, ne? Kanzlerin, willst du gern sein? Frag doch mal das Volk. Das Volk sagt nein, nein, nein. Die hat ein Image-Problem. Du hast verloren, sagt Jürgen Born. Uschi von der Lein. Uschi von der Lein. Du brauchst für Drohnen. Tausende Millionen. Scheiß Situation. Uschi von der Lein. Da fällt mir gar nichts mehr ein. Schade eigentlich. Du hast ganz schön was verpennt. Man nennt dich schon Missmanagements. Und Scheiß, Scheiß, Scheiß. Das dürfen wir nicht zulassen. Klapp dich selber in die Tonne. Leg dich in die Sonne mit nem Eis, Eis, Eis. Ha, oder auf zwei. Komm, trink'n Korn. Gib ihm die Sporen. Uschi von der Lein. Uschi von der Lein. Spiel lieber Horn. 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 Oh, she lasst es sein. Oh, she lasst es sein. Oh, she lasst es sein.